Für uns Spieler sind die Zuschauer sehr wichtig bei ihm da und man hat auch gemerkt in der Hinrunde, jeder Spieler hat sich schon gefreut, wenn wir wieder ein Heimspiel haben, wenn wieder gute Stimmung ist und ich glaube, da haben wir eine Klasse besser gespielt, als wenn wir keine Zuschauer hätten. Die haben uns schon vorgepusht und ja, wir freuen uns alle einfach wieder, wenn die wieder zurückkommen, wenn wir wieder volles Haus haben und wir sich begeistern können mit einem guten Fußball, hoffentlich. Und bin auch überzeugt davon, dass wir nicht schaffen.